Schönen guten Abend, liebe Leute, wir spielen wieder eine kleine Runde League of Legends heute. Zu fünft. Simon, Robert, Max, Madden und mir. Ich spiele heute mal Support mit der Leona. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Man darf gespannt sein. Nichts Gutes. Solange wir unser Midgame jetzt endlich mal in den Griff kriegen, können wir vielleicht auch mal gewinnen. Die haben auf jeden Fall keinen Jungle. Und die Miss Fortune lädt nicht. Ich habe Hoffnung, dass die Leona ist so viel hoch. Was war denn das noch mal? Und dann... Wir waren das letzte Mal noch ganz gut, Robert. Das kriegen wir schon mal hin. Ja, läuft. Easy, Alter. Was haben wir denn? Ei, 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 die haben aber auch, warst du? MF und Blitz, ne? Ei, 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 die können sich nicht auf die Fresse gehen, wenn sie gut sind. Ei, 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 die können sich nicht auf die Fresse gehen, wenn sie gut sind. Obwohl, wenn der mich hockt, kann ich gleich wieder wegspringen eigentlich. Stimmt. Voll der Hooker, der Kerl. Solange er nicht mich hockt. Dancing in the Moonlight, everybody. Und dann wird derортige Musik largest. Ich lebe das alte. Oh, ho, 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 ho. Mein Gott, lach ich eine Scheiße. Ho, ho, ho. Servus. 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 Angesicherungsberuf-vergleich. Amtsです. Perfekt. Mmh. Es wird aufgenommen. Ja, ich nehme gerade auf. Du darfst auch mal Hallo sagen. Hast du einen Musikus deaktiviert? Hallo, ich bin der Matzen. Jolo, Alter. Na, den Musiker habe ich standardmäßig immer gemutet. Ich habe keinen Bock auf Mucke, wenn ich mit Leuten reden muss oder will. Oh, wer brummt denn da? Irgendeiner summt. Jemand vibriert mit seinem Handy. Der Brummer. Der Brummer. Das hier ist ein Brummer. Das ist weg? Ja, das ist weg. Oh mein Gott, wir sollten aufhören mit so viel Jugendsprache in einem Video, sonst platzelt er mit der Kopf. Voll die Swagger Kopfhörer, Mann. Oh, ich spiele ja gegen zwei. Ja, die haben keinen Jungler. Die haben gesagt, die wollen fünf Top machen. Okay. Nein, haben sie nicht. Oh, da ist Raven. Raven. Die andere steht bestimmt noch im Blut. Was wir haben Wort. Blitzcrack. Ja, das geht. Was zur Hölle ist hier los? Ich liebe Blitzcrack. So nice. Das ist echt eine abgefahrene Teamkombination. Ja. MF ist hier im Busch, kommt der Penner hoch. Der meint, der killt mich. Dabei killt er mich gar nicht. Komm, geh weg. Ja, mach ruhig. Ein bisschen arresten hier. Nice. Aber jetzt würde ich weggehen. Die sind ganz schön aggressiv. Lasse kommen, wenn sie unbedingt wollen. Stimmt. Am Tower haben wir mehr Chancen. Wukong hat keinen Flash mehr. Ey, das ist so nass wieder da. Ja, hat jemand sein Handy neben dem Mikro liegen? Ja, das hat nicht vibriert. Meins ist weit weg. Ich habe meins extra aufs Bett geworfen. Ja, weil es hat gerade jemand Rückkopplung. Ich glaube, das bin ich, weil ich höre es nicht. Ja, wenn du es nicht so nass, dann bist du es, du böser Simon. Alter! Ich wüsste echt nicht, woran es liegt. Ich komme top. Haben die gewordert? Ja, das war's nicht. Es sieht nicht so aus. Soll ich über den Tribusch oder über den Fluss? Über den Fluss. Das sind eigentlich ein top oder nicht? Das sind eigentlich ein top oder nicht. Das sind eigentlich ein top oder nicht. Ist das nicht? Oh, das scheint doch. Oh, das scheint doch. Hol dir. Nice. da hat unser wauwau gleich mal was gut gemacht fein kriegst gleich ein hapa hapa recht oben bleiben ich komme ich muss back ja ich halte für dich ganz gern die lane frau pushen wenn es geht muss auch gleich noch weg ich hab zu viel gold die miss fortune alter rastet voll aus die macht das ganz gut läuft so ich runter ja ja kein stress ich muss wahrscheinlich erst mal haben wir gleich keine words mehr wobei die haben ja kein jungler scheiß auf ortsmann ja bei einem jungler nicht hat man ja bei dir oben gesehen aber wenn jeder ansagt wo jemand ist es ist eigentlich kein stress nicht sind ja alle auf der lane heißt last hitten diese fähigkeit gar nicht auf die reihe sonst mir geht es gerade so naja bis sechs ab dann können wir ein bisschen party machen also ich habe 20 sekunden das trotzdem relativ hohen ping ich habe ein ping von 112 grad geht so aus als würde tobi rauschen bei der dauerübertragung ich kann ich auch eins leuchtet gerade ich kann nicht raus ich habe es extra reparieren werden ja ich würde haben jetzt fortune kommt hoch dies kommt da fortune ist weg ich glaube der simon rausch ja ich glaube so das haben wir schon festgestellt ist die frage was ist wenn das ein handy natürlich auf dem kopfhörer liegen hat dann wäre es das aber ich glaube sie ja nicht mehr wenn man in die die vibriert nicht fortune ist wieder da es gibt es doch nicht kommst du runter oder was ja ja eventuell das blitzkrank steht wir kommen weg 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 ich glaube jetzt zieht euch gerade in ein schlechtes 3v3 rein alle weg gekommen ja ja nochmal glück safe ja so viel zu den worts ne blitzkrank da oben versuchen ja gut weil weil die mit mit ss war ich habe es verpennt zu gucken weil es keiner gesagt hat war schon seit mehreren minuten weg ja hat aber keiner gesagt und ich habe nicht darauf reagiert weil hier unten gerade mit der ollen ist ich verstehe den wukong nicht ich stehe am tower und wer macht komisch jetzt hatte ich ein lexberg obwohl mein ping in ordnung ist vom pc ja ich habe hier auch lexberg hatte ich habe ungefähr doppelt so hoch wie mein ping habe ich gerade von der verbindung ja ja ich habe 150 gerade und auf mf hat gleich ulti ja ich gehe mal wieder in jungle drückt schon ganz in ordnung ist macht das die wandel der blu die war noch nicht einkaufen kauft ja auf jeden fall rüstung will die man die gleichen ja wirklich hoffe ich habe ulti will jemand blue und habe teleport auch nicht danke hat leona noch ein worten leider nicht okay miss fortune boarded by the way also unten den push kannst du gerade vergessen warwick hat jetzt auch ulti ja das muss ich mir jetzt auch schnell holen deswegen kann ich jetzt einfach schon wieder sagen dann kann ich noch mal denken kommen okay ich schaue jetzt gerade wie die minions laufen dann habt ihr level specs wir fehlen noch zwei dann geht mal drauf geht mal drauf ich komme dann einfach von der seite jetzt bin dabei bin dabei drauf die go 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 schul mal den farm in der mitte machte turm der arsch bei ja 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 das war knapp puh dann bist du nicht weggegangen ist crankblitz crankblitz crank konnte nicht wo ja es schnappen uns den schnappen wir uns ich bin weg na den krieg auch alleine oder ja pass auf der zieht uns in den tower ja noch ein schild ja jetzt können wir ja ich habe immer noch mein teleport und habe meine ulti wieder ready sehr gut und die habe ich auch wie gesagt also wenn der martin ist mal gang will der brust ist geworden ja okay die mucke ist gerade echt stressig simon ich kann es aber leider gerade nicht ändern den kack hier black metal oder was das ist noch ein bisschen kommen oder so willst du ja jetzt nicht übertreiben was schon ja die mf haben auch mein weg ist gerade mega hoch ja langsam bevor du wieder nichts siehst oder stirbt bevor du was siehst blitzkrank kommt ja er macht sozusagen einen mit lane jungle mix max oder was er ist da drin habe ich denn jetzt schon wieder so ein hund schon wieder 400er ping wir können danach richtung blue gehen von denen mir den holen wir haben kein jungle und er wird garantiert da sein und ich habe meine ulti sogar noch und hier auch oder ja 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 geh mal zum luker zum blue simon blitzkrank kommt wieder hoch der wartet dann nur dass wir uns irgendwo in reichweite gegeben ne der blitzkrank ist weg morgen hier ist gerade nach oben gelaufen hat immer drauf ist ja wirklich hoch genau nur wenn er her kommt er müsste gleich wieder beim japan sein wir können wir sind jetzt eh gerade in der defensiven position da da oben ist er okay stelle ich mal da rein beautiful wir sind da wir sind da monkey okay da würde ich wahr sein und weg sehr schön ich bin dabei jetzt hat perfekt auch der ping wieder gepasst super timing power los 0 alter wenn wir das flawless hinkriegen dann kriegt irgendwas von mir ein eis dann kriegen wir alle von dir ein eis dann kriegt ihr alle von mir ein eis okay euch die weg wahrscheinlich stirbt der 7 und dann absichtlich ich mag kein eis durch kein eis spendieren die drauf geht drauf geht drauf klatsch 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 entschuldigung die da kam genau da mein schild ist mir leid hauptsache verreckt hauptsache ja du machst jetzt ein bisschen lane blitzkrank ist ich gerade oben sagt kann der sache an wenn der herunter kommt um ist ja ja beide kommen gar drunter ja ich bin aber da also ich könnte ein ulti rein machen wenn leona noch da ist ich komme ich glaube ich werde einmal weg jetzt wir glauben ja die schulden wir müssen lauft lauf durch den dschungel der laufen man darf sich in dschungel scheiße okay das war's oleg 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 o hinterher vorsehen wir forschen ich habe jetzt hier klatschen wisst ihr wie ich mich gerade freis hört ihr euch vorstelle ich mich gerade freut sauber das war richtig richtig ich werde ich alle gesagt haben hier ist wir kommen gleich mal machen wir gleich noch drängen hinterher schuhe wäre nicht schlecht weil sonst machen die den am ende noch ja holen wir drängen ja dann können wir uns gleich noch vorbeck holen ja 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 du ne dumme du kommst zu mir toll warum bin ich überhaupt mitgekommen nice ALTER haben wir alle gefilmt werden ALTER geil jetzt pushen wir die Leine ja jetzt pushen wir mal bot ein bisschen ich hilf mich wir haben alle 20 sekunden noch ja immer hey mit dem tower machen wir schnell Riven ist gerade gekommen aber einer allein reist jetzt auch nix die sind alle wieder da dann sollten wir jetzt nicht zu weit kommen wobei jetzt immer eigentlich relativ safe kann mich bald runter porten kommen wir haben ja auch wenn ihr vielleicht da feiert oder da wäre es geil ja warte da bin ich dann dabei ich komme gleich aber passt auf dass sie nicht okay jetzt geht's ab oder was ja bin gleich da kommt mir ein bisschen entgegen nice 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 komm gib hier ja übertreibt es jetzt aber nicht der tower macht ganz schön für sauer nice sauber richtig richtig gut äh was nehme ich denn jetzt äh 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 und das 8.1 draußen äh das ging aber schnell sehr gestorben das letzte Mal als ich drauf geguckt habe war die noch äh 3.1 wenn wir beim tower helfen müssen würden wir vielleicht auch meinen absehbarer zeit dauernd bekommen kriegen wir eh nicht da und ich habe vorsehen rp kommen wieder zwei ich komme langsam das dauert mich ich habe noch keine schule aber ich habe ja ich bin weg den text welche warten oder solche ja warte mal kannst du ja ein bisschen beten wenn sie wieder da kommt er eh ich komme mal den blue von den wokus blitzcrank oder ja wartet ich komme ja ok doch vorweg also wenn sie nicht aufgeben wird es mich wundern ja wobei gut für uns können wir ein bisschen üben fuck der misstblick hätte mir ja fast das leben gekostet was hast du gemacht ich habe die kuh nach oben gemacht anstatt nach unten also meine lanze kann ich ja so ich geh mal zurück schießen ne hi blitz ja gut kann man bitte noch ein bisschen pushen ja also wenn sie herkommen auf einem punkt könnten wir so beten ja warte ich wenn du rein springst geht es glaube ich probiere es mal aus haben diese auch alle schön noch reingehen das ist aber lieb von euch ach krass wie die es nicht checken ey nice one push mal die lane dann kann ich mich zu einem minion ziehen oder ich gebe ein wort oh hallo raven alles klar ist sie da ja aber ich glaube gibt keinen bock vielleicht kommt hier unten lang da ist riven na ich habe ein bisschen mehr ich leben dafür ja komm geh weg ja ist schön als split push auch eigentlich ja ein triple split drauf oder da war 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 ich da ich bin es gelaufen bis ich wieder unten bin glaube ich alter 32 1 holy shit wer ist eigentlich gestorben wer ist hier der loser der kein eis kriegt fisch ooooh gleich nochmal oder was schönes ding ne diesmal nicht halbe minuten noch dann nochmal gewonnen das fortune ist gleich weg jawohl neeein was war da ich hasse dich ach okay ja wenig muss ich kein eis ausgeben das schon mal gut oh man 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 ja komm lass uns mal die rücken dann kommt mutt 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 ich muss mal kaufen gehen jetzt weiß ich warum ich keinen schaden mache gerade 18 gold gebracht ha 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 das ist aber noch keine attack damage items oh die haben noch nicht aufgegeben ich glaube die kennen die funktion nicht sehr schön sehr schön jetzt müssen wir nur wegen den tauren langsam aufpassen machen den taur mal ohne wissen wir aufpassen ha am arsch aufpassen nein noch einer weniger den eis kriegt ich will ein eis ich will ein eis man jetzt krieg ich echt kein eis weil du böser warst ich bleibe in unserer base oooh oooh Robi hast du ulti ne 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 4 Sekunden dann kannst du eigentlich da bleiben 3 du mal drag und dann mach ich botlane du machst du ulti ja jetzt das ist so ne krasse Kombi ey da kriegt noch einer kann jetzt krieg ich auch kein eis mehr auch mann ist doch schon kommt von oben blitz kommt von oben wahrscheinlich doch ich schaue mal zu blut es ist doch fies doch viel blitz krank und der gar nicht hier der ist gerade der macht eventuell blue ach nee der hat sich zurückgeportet rufen ist level 8 hammernice ich bin auf dem weg zu dir ja wir kommen aber auf dem weg was machst du da entweder entweder die die old von jarwin oder meine und die fallen aber instant um wenn du dann deine zündest klatsch 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 nach dann mache ich halt nicht die bot lane sieh mal was die bot lane ist ich schon gepusht was willst du da noch machen den tower tower scheiß auf den tower jetzt bin ich echt gestorben oder was und ich bekomme mein eis juhu ich will auch noch mal draufhauen scheiß die wand an nicest game ey jawoll nicest game richtig geil ja so kann man natürlich auch mal spielen vielen dank fürs zuschauen das könnte aber ein richtig gutes lol video werden bis zum nächsten mal tschüss naja tschüss